Jo, was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der gute 6. Saison of Life. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Na, was ist denn hier? Wo muss jemand sein? Ja. They don't get it. Ich stehe komplett auf dem Schlauchteile. Ich stehe auf dem Schlauchteile. Das war's für mich. All right. Zumindest haben wir jetzt das Erste, ich muss jetzt mal kurz durch die Stadt laufen, weil ich keinen Plan vor, ich wirklich überleihen muss. Erster Hammer. Erster Hammer. Erster Hammer. Siehung, du wirst. Was ist? Was ist die Person? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist kein Problem? Das ist ein Problem. was ist das? Schau mal auf, es ist keine Zeit sich hinzulegen, wir müssen irgendwas suchen. Was ist das? Nein, ich nehme dich. Der Grund ist, dass du hier bist. Du hast auch schon gesehen, dass du hier verletzt hast. Du bist ein Schweres. Hm? Wenn du hier ein Schweres befestigst, du kannst du bei diesem Schweres befestigst. Du kannst du hier nur ein Schweres machen. Ich bin der Fall, dass ich nicht so gut bin. Ich habe mich nicht so gut, aber... Ich glaube, ich habe nicht gewusst. Ich bin der Fall, wenn ich mich nicht so lebe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzen kann. Die Geheimdienste hier sind, die in den Häusern der Vögel der Vögel der Vögel der Vögel der Vögel. Es ist ein Problem mit dem anderen. Ich bin ein Mann im Meer, aber ich glaube, wir werden uns auch ein Hübschen gewinnen. Wenn du nicht so bist, kannst du wieder spielen und spielen. Ich glaube man. Das ist das nicht mehr. Let's lieb. Ist hier jetzt irgendwo was? Die nächste Lebensgeschichte, ich fass das nicht. Ey, das kotzt mich so an, Alter. Wie ist das? 2016. 2016? wirklich? Ich glaube, das ist so. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Hier ist wirklich ein Jahrzehnt. Und das ist mir ein Jahrzehnt. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Was hast du gesagt? Oh nein, ich bin nur ein. Ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, seit einem Jahrzehnt. Ich habe eine Zeit langweb. Zeit langweb. Ich habe einen Job zu erledigen. What the fuck is going on? Ich habe einen Job zu erledigen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ey, das geht mir so auf den Sack. Muss ich zugeben. Ey, das geht mir so auf den Sack. Ey, das geht mir so auf den Sack. Ey, genau wie das geht mir auch schon. Ich bin mir dabei auf den Mega-Punk. Ey, genau wie das geht mir auch schon. Ich bin mir dabei auf den Mega-Punk. Ich bin mir dabei auf den Sack. Das entspannende. Das war's für heute. Das sind ne lange lange Suche Leute, kann ich mir schon sagen, bleiben erst zwei Dinger. Ich weiß auch nicht wie lange das gesamte ist, es gibt neun Dinger oder? Sohn. Ja, ich weiß nicht. hier nichts gar nicht was das alles nicht ich fahre an durchzuladen warum sind wir in den nebengeschichten ich stehe das voll ehrlich nicht einfach auf die story konzentrieren wieso muss es mittlerweile aufgezwungen werden ich verstehe das ehrlich das war es manchmal hier hin bitte komm nicht wieder ich komm nicht zurück sehr gut ich hab mit dem scheiß noch zugespampt da war er schon oben ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll gut 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 Ich habe hier schon einen. Ich habe hier schon einen. Ach, das ist hier bei uns. Wo soll ich denn noch sein? Immer weiter. Ja. Haben wir den Kurs schon? Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Aber schau mal, was ist denn falsch, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, was ich jetzt passiert. Ich weiß nicht, was ich jetzt passiert. Ich weiß nicht, was ich jetzt passiert. kohi da hino kage war auch nahbar auf der lacht hikaru kujak no ono mich noch 10p schick Guck. Er muss mir mal sagen wie weit er mit dem Code ist, ich hab überhaupt keine Ahnung. Er weiß es wirklich nicht. Ah, wir haben doch nicht alles. Da fehlt, glaube ich, wieder noch eine Menge, kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie wir zeigen, das waren insgesamt. Kuhida. Bannsak zassu beku. Bannsak zassu beku. Matsu yoru beshi. Schau sui kakuru tokoro. Kaikou wo alawar. Rokunen kasu beku. Er ist nicht. Das ist nicht. Bannsak zassu beku. Das ist nicht. Bis zum nächsten Mal. Wie weit sind wir denn jetzt? Meinen wir alles? Ich habe keinen Plan, wo ich noch suchen soll. Ich weiß auch nicht, wie weit der Code ist. Es gibt gar keinen Schimmer. Er sagt mir überhaupt nichts. Kann ich jetzt irgendwo einsehen, wie weit ich mit der Code bin? Nö. Das Ambo? Das Salvador? Das war's. was machen die jetzt eigentlich in der zwischenzeit weil ich habe keinen plan wo ich noch irgendwelche steine finden soll ich habe wirklich gar keine ahnung mehr das war es vielleicht noch irgendwo beim dock aber mehr weiß ich auch da habe ich schon Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich noch genug bin. Ich weiß nicht, ob ich noch genug bin. Ich habe einen Schimmer. Oh Oh How the hell are you still alive? Uh Uh She were a good matter So So So. Ey. Hey, was soll ich denn da was noch suchen würde? Wartet. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Die're so gross ist Serious, lass? Ich werde so gross Es gibt einen und das ist ein Ich hab doch auch voll innen. Ich hab doch auch voll innen. Ich hab doch auch noch waffen da hier. Ich hab doch auch noch waffen. Hier bin ich. Ja, ich hatte was hier, ich hatte was hier. Meine Herren, jeder hat hier eine Waffe, was soll das denn? Ich hab keinen Plan, wo ich noch suchen soll, ey, ich hab keine Ahnung, hier vorhin waren wir schon, oh Mann, was brempt er mich denn jetzt zu guter Scheiße? Hier haben wir was Der ist doch heute wieder wie ein Scherz, oder? Wie soll ich den Scheiße machen? Nein, nicht wieder einmal, ich hab den Graschen auf den Scheiß festgestellt, oder? ich darf hier auf jeden Fall den Scheiße nicht mal betreten so hier ist gar nichts sehe ich das richtig die habe ich schon da ist immer wohl so gut da ist immer wohl so gut Ich gehe zu den Twitch-Chicken. Nein, nein. Das war's. Leute lieber Gott, wir haben das jetzt, ich glaube, da geht niemand ein K raus, oder? Keine Ahnung, was ich schon hab und was ich nicht habe. Wir haben alles. Natürlich nicht. Keine Ahnung, was mir noch fehlt. Was ist das Problem? Elan? Elan? Die haben wir schon, ne? Kuhida, Nodokas, Masaoka. Oben waren wir auch schon. Ich weiß nicht, was mir noch fehlt, das ist das Problem. Und ich weiß auch nicht, was ich schon habe. Ich sehe so ein Scheiß Ding hier. Irgendwo vielleicht. Ich sehe so. 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 Alles? Sieht nicht so aus. Oh, mein fucking Gott. Was? Es wäre cool wenn ihr mir saft wie viele schon habt und was mir noch fehlt. Aber ich glaube ich werde schon wieder. Das haben wir auch schon. Was fehlt mir denn noch? Ich schwöre ich habe echt die Schnauze voll. Alter jetzt haben Pointes reich. Da haben wir echt meine Geduld allmählich den Invent gegen. Weil ich hasse sowas. Weil ich hasse es. Was ist das denn da? 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 Bis zum nächsten Part von Yakuza 6 Saison auf live. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.